ein erfrischendes hallo und herzlich willkommen zum omsi bus simulator ja wir fahren heute mal wieder mit einem historischen bus ich weiß jetzt leider gar nicht was das verändern ist ich glaube ein SD 80 wenn ich mich recht erinnere ist aber auch egal ich kenne mich da auch nicht so gut aus und ihr merkt wahrscheinlich ich habe es wahrscheinlich gerade gemerkt es gibt wieder leichte Lacks und warum ist eigentlich das Licht an gegen die Lacks kann ich nichts machen müssen wir einfach durch ne aber ich denke es ist nicht ganz so extrem so wir fahren heute übrigens auf der map stadtbusnetz das ist eine map die ich schon vor langer langer zeit installiert habe eine meiner ersten maps überhaupt vom omsi aber ich habe sie nie gezeigt im let's play und das muss ich jetzt unbedingt mal nachholen ich bin letztes vor ein paar tagen mal wieder darauf darauf gefahren auf screen und ich finde die einfach sehr gut geworden und ich wüsste nicht warum ich sie nicht zeigen sollte ja und da mein internet eh gerade nicht funktioniert ja auch wieder ein probleme gibt es ja manchmal so dass es einfach nicht funktionieren will und vorhin noch bei FIFA Ultimate Team einfach rausgekommen aus dem Match und hab das dann verloren weil ich ein Teil abgebrochen hatte ja ist ja auch egal ähm naja jedenfalls konnte ich mir keine neue map runterladen deswegen fahren wir jetzt erstmal mit der Linie 11 warum Linie 11 ist einfach so habe ich mir ausgesucht ich glaube es fährt halt so durchs Zentrum am Hauptbahnhof vorbei und so ach so genau apropos vielleicht mal kurz gucken ich werde es übrigens in zwei Folgen teilen das heißt am Hauptbahnhof werden wir Pause machen und dann seht ihr den Rest in der nächsten Folge so und es ist 14.10 wir dürfen abfahren oder war es 14.10 oder 11 es war 11 ach ist ja scheiße drauf ja ähm meine Ausdrucksweise kennt ihr inzwischen und ich sage sehr oft scheiße wahrscheinlich äh also ne nicht wahrscheinlich aber gerade bei FIFA und sollte ich wieder ein bisschen sehr eigenartig rumfaseln dann liegt es daran dass es schon wieder relativ spät ist und ich denke ich werde gleich mal zum ersten Thema kommen was ich in dieser Folge ansprechen wollte kann ich auch noch einen nächsten machen einen zweiten Teil aber ich mache es glaube ich sofort und zwar es ist so es hat sich ja schon in den letzten Wochen angedeutet ich muss mich immer mehr und ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt weil es so lange keine Folge kam immer mehr das zu überwinden um sie aufzunehmen weil ich finde einfach ich finde einfach keine Lust mehr daran ich verspüre keine Lust mehr um sie aufzunehmen in letzter Zeit deswegen mache ich das jetzt so wie ich es mir gedacht habe weil es hat keinen Sinn wenn ich da keinen Spaß mehr dran habe wenn ich keine Lust mehr auf das Spiel habe von daher werde ich ähm so leid es mir tut nein ich werde es letztendlich abbrechen sondern ich werde es pausieren ich denke es hat sich verdient eine wohlverdiente Pause nach all den Folgen warum halte ich eigentlich an äh eine Pause zu bekommen weil ja es ist einfach ich ich weiß ich kann nichts sagen wie es in der Zukunft passieren wird ob ob wir jetzt wirklich noch bis Folge 100 kommen oder was auch immer das steht noch in den Sternen ich will da auch gar nichts festlegen aber ich denke eine eine einer der wichtigsten Punkte bei Let's Playen ist dass der Let's Player Spaß und Lust auf das Spiel hat und nach äh über 50 Folgen kann das denke ich auch mal passieren dass man das Spiel irgendwann auch mal ein bisschen naja ich sag's jetzt mal ich sag's jetzt mal so satt hat ne dass man eben denkt naja irgendwann ist es ja doch immer das gleiche und euch mag es zwar gefallen mir gefällt es irgendwie auch aber naja ich muss mich halt irgendwie doch schon überwinden das aufzunehmen und ähm deswegen mein Vorschlag es kommt ja jetzt äh der City Bus Unnato 2 wahrscheinlich sogar schon morgen wenn endlich mal das verdammte äh Paket ankommt was ja eigentlich schon lange hätte ankommen sollen ähm da werden's denke ich mal nicht mehr als 10 Folgen werden oh Gott der Bus fängt an zu hüpfen das hat gerade noch gefehlt und der hält an oder ja ähm da werden's wahrscheinlich nicht mehr als 10 Folgen werden denke ich mal weil meiner Meinung nach ist das Spiel nicht so umfangreich und äh da kann man eben nicht so viel zeigen aber das Thema hatten wir schon mal und ich würde einfach für die Zeit des City Bus Unnato 2 äh Omsi ersetzen durch dieses Spiel und wenn wir dann fertig sind mit dem CBS 2 gut Omsi weitermachen in welchem Abstand und so in welcher Regelmäßigkeit das mache ich auch davon abhängig ob ich danach nach dem City Bus Unnato 2 wieder Lust drauf habe ich weiß es ja nicht so und äh ich einige von euch und steht eigentlich nie jemand äh einige von euch werden jetzt vielleicht enttäuscht sein oder so auch nee bitte keine Umsichtpause aber ich muss das machen also das ist einfach es ist wirklich jetzt langsam kritisch also es war ja schon in den letzten Wochen ein bisschen so ah ich hatte mal mehr Lust FIFA aufzunehmen weil irgendwie mehr Action war und so aber diesmal war es ja wirklich so habt ihr ja wahrscheinlich gemerkt ja auf dem letzten Drücker mache ich das jetzt und so und da bin ich auch ganz ehrlich zu euch ich versuche jetzt hier auch nicht so zu tun als würde es mir immer noch Spaß machen und äh nee ich bin ganz ehrlich zu euch ich bin ganz offen und sag was ich davon halte und zieh das jetzt auch durch ausnahmsweise frage ich euch leider mal äh nichts nach eurer Meinung aber ich hoffe das könnt ihr verstehen denke ich aber auch ne ähm ja und wie gesagt es ist ja nicht abgebrochen Omsi ist wie gesagt so ein Spiel was man eigentlich nicht abbrechen kann weil wenn man mal Lust hat kommt ab und zu mal was und äh ja man kann nicht sagen nee jetzt spiele ich garantiert grundsätzlich nie wieder Omsi ich rühre dieses Spiel nicht mehr an nee 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 das mache ich auf keinen Fall ähm jetzt eben bloß kleine Pause während des City Boost Malador 2 ist aber wie viele Folgen es genau werden das wird sich ja dann demnächst klären wenn ich dann wirklich mehr ein Bild gemacht habe vom Umfang des Spiels so jetzt sind wir hier am Schillerplatz hallo hallo oh kleines Türproblem so hallo ja ja da hatte ich wohl die Haltestellenbremse deaktiviert und dann wieder aktiviert so ja das ist eine ganze Menge Verkehr das kann natürlich daran dienen daran können natürlich auch die Lexling aber ich habe den eigentlich runtergestellt naja gut achso genau was ich noch sagen wollte ähm ist ja schon lange in Arbeit äh beim OMSI und zwar das äh Gelenkbus Add-on von ähm den Entwicklern höchstpersönlich ich habe gerade überhaupt keine Ahnung überhaupt keinen Plan überhaupt keinen Schimmer auf welchem Stand das gerade ist aber das wird ja auch irgendwann kommen und ich denke spätestens zu dem Zeitpunkt wenn dieser Gelenkbus rausgekommen ist äh zusammen mit der neuen Linie vielleicht als um sie 2 ich weiß es nicht ähm werde ich wieder Lust bekommen auf um sie und werde auch wieder mehr davon zeigen aber momentan ist gerade so eine Phase da passiert nicht viel immer ein paar neue Add-on Maps aber das war es auch schon und naja das ist dann eben auch nicht so anspornt für mich ja ansonsten bei FIFA geht es ganz normal weiter was ich noch sagen wollte bis Weihnachten falls ihr noch nicht mitbekommen habt es gibt ja durchaus Leute die nur um sie gucken ich weiß immer gar nicht ich erwähne manchmal Sachen meistens bei FIFA und dann geht es irgendwie unter und ich weiß selber nicht mehr wo ich es erwähnt habe ach übrigens das hier ist ein Add-on Auto was ich vor mir fahren habe das habe ich vor Ewigkeiten auch mal installiert aber eben nur auf manchen Maps um ja mit falschen Kennzeichen noch aus Rumänien Dacia Dacia ist doch eigentlich der jenische Stehoa Bukarest ne keine Ahnung ich bin das gerade zu eingefallen Fußballverein Europa League äh na Stuttgart Gruppe glaube ich wenn ich mich nicht täuschen die haben noch um die Schützenhilfe gegeben für Stuttgart dass die überhaupt weitergekommen sind aber 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 ich soll ja und darf auch nicht über Fußball reden im Omsi so und ich habe gerade unges Gefühl ich habe mich verfahren kurz auf Pause gehen ist das mein Gefühl oder äh ne ich habe ach seht ihr da ist ein Pfeil aber der ist so weit hinten dass ich den an der Ampel übersehen habe ich wollte gerade sagen irgendwie kommt mir das Faltvolle gerade auszufahren also habe ich gerade noch im richtigen Moment geschaltet und was da vorne kommt ist eine etwas größere Station aber es ist nicht der Hauptbahnhof es ist erst der Neumarkt so wie sieht es eigentlich aus mit Fahrplan das gucken wir gleich mal also mit Verspätung und so das ist ja auch so ein Omsi Phänomen dass manchmal also bei diesen Straßen besonders halt gerade bei dieser Straße irgendwie wenn man so ein bisschen weiter guckt auf dieser Straße dass dann jemand das so grün durchschimmert keine Ahnung fragt mich nicht wieso ist halt so ja hier wurden sogar noch die alten Haltestellen verwendet aus Berlin 1989 es gibt übrigens auch Stadtbusnetz Repaints die ich aber nicht benutze weil ich finde es ist halt ähnlich wie Rheinhausen ich glaube das ist sogar dasselbe Map-Aussteller wie der von Rheinhausen Hallo und diese Repaints naja die sind halt eher mittelmäßig ich finde halt die originalen Repaints besser ich habe jetzt einfach mal Coca-Cola genommen ach schon wieder Hältestellenbremse jetzt wollte ich aber gerade gucken hier Fahrplan mäßig 1418 Neumarkt 1417 ja fast so äh genau einfach mal Coca-Cola genommen ach Cola ist so lecker findet ihr nicht auch wie sag ich immer so schön das Bier der Jugend ne als Jugendlicher säuft man sich mal mit Cola voll und fühlt sich cool weil es das coolste Getränk ist in dem Alter und wenn man dann 16 ist dann macht man das gleiche bloß mit Bier und bestellt sich überall Bier wenn man so stolz drauf ist und dann fühlt man sich eben mit seinem Bierglas cool das ist so meine Meinung so Entschuldigung für den Muster und ähm wobei natürlich mit 16 ist man auch noch jung das gehörte meiner Meinung nach auch noch zu Jugend und wir müssen natürlich nach rechts wo man hier gar nicht abbiegen da wach so das ist hier genau ab jetzt kommen wir nämlich auf eine spezielle Busspur die nur für Busse ist wie der Name schon sagt und ach guck mal was dann gegenkommt das ist auch mal eine Map die ich zeigen könnte Espresso Tropical Tropical City auch eine ewig alte Map die gibt's auch schon ewig wie lange gibt's jetzt den Omsi schon fast zwei Jahre ne der ist immer noch so bekannt und ich werde nicht sagen dass er keinen Spaß macht aber er hat irgendwie nachgelassen aber es ist bei allem so wenn ich jetzt jeden Tag äh ein Liter Cola trinken würde hätte ich es auch nach einem Jahr oder so irgendwie satt spätestens ne bin ich der Meinung also alles wenn man etwas äh zu oft oder zu regelmäßig macht dann macht es auch keinen Spaß mehr egal wie Spaß es am Anfang macht ihr könnt gar nicht glauben wie begeistert ich vom Omsi war am Anfang bin ich immer noch ich find den immer noch richtig geil und meiner Meinung nach mit Abstand der beste Simulator ever und ähm trotzdem hört der Spaß irgendwann auf weil jedes Spiel hat irgendwann seine Grenzen jedes Spiel wiederholt sich irgendwann irgendwann kennt man es auswendig und früher hat es mir immer noch so Spaß gemacht weil ich habe ja keinen Führerschein natürlich ähm und da hat es mir immer Spaß gemacht also Busfahrer zu spielen und so hab ich früher mal sogar ähm letztes Jahr als ich selber Bus gefahren bin und hab geguckt wie der Busfahrer fährt und alles gerade mal total begeistert und dann als ich meine in Berlin zum Beispiel in der Innenstadt fahren ja oft so eine Doppeldecker rum so Berlin City Tour und dann fahren auch so eine Omsi Busse rum und dann hab ich immer ganz begeistert geguckt und wow ja ist ja so ein Omsi Bus sowas fährt ja immer noch und so naja inzwischen hat es auch nichts nachgelassen aber gut Omsi ist nach wie vor sehr schön und wird immer noch erweitert und von daher ist Omsi meiner Meinung nach den Preis sowas von wert das ist eigentlich überhaupt kein Vergleich weil ich finde ganz ehrlich FIFA 13 zum Beispiel kostet ja 70 Euro glaube ich für die Konsolen bei Release und Omsi hat 30 gekostet ich weiß gar nicht wie viel er jetzt noch kostet wahrscheinlich immer noch 30 weil das ist ja nicht ein Spiel was mit der Zeit irgendwie an Wert abnimmt also FIFA 13 mehr als das doppelte vom Preis und dafür dass man quasi das nur ein Jahr aktuell hat beziehungsweise sogar ein halbes Jahr nur aktuell hat weil danach die Spieler wieder die Vereine wechseln und so viel auch nicht verbessert wird und eben auch kaum Updates sind zu kommen ich finde das Preisverhältnis ist ein bisschen unfair weil das ist grün schnell rüber komm mach hin ich bin noch ach schon wieder die Haltestellenrense verkehrt sich um jedes Mal und wo war ich gerade genau ich finde irgendwie Omsi wäre wenn FIFA 70 Euro wert ist auf jeden Fall auch 70 Euro wert weil es kontinuierlich erweitert wird weil es so vielseitig ist und weil die Grafik gut ist weil es extrem realistisch ist meiner Meinung nach außer der KI-Verkehr und wie gesagt es wird dauernd erweitert und man muss nichts dafür bezahlen man hat einmal es ist anders als bei irgendeinem Abonnement von irgendeiner Zeitschrift oder hier weiß ich nicht Sky oder irgendwie sowas da bezahlt man eben im Monat Geld und sowas würde quasi sozusagen beim Omsi auch Sinn machen macht man natürlich nicht weil es für ein Computerspiel eigentlich Unsinn ist und unüblich ist aber theoretisch würde es Sinn machen weil Omsi eben auch jeden Monat erweitert wird so eigentlich könnte man die Erweiterung als DLCs ausgeben und Geld dafür verlangen meine Meinung nach und wir haben eben das Glück dass all diese Erweiterungen kein Geld kosten weil sie eben auch nicht von den Entwicklern sind sondern von privaten Personen die es zum Download zur Verfügung stellen und ich bin gerade so schön im Reden und wir müssen Pause machen wunderbar naja gut wann die nächste Folge kommen wird kann ich noch nicht sagen äh es kommt jetzt erstmal City Busonator 2 dann kommt nochmal eben die Folge Omsi der zweite Teil sorry ich muss gerade aufstoßen und äh dann ist erstmal ein bisschen Pause aber ich denke mal so mehr als ein Monat sollte es auch nicht sein oder höchstens zwei ne weil City Busonator 2 ist meiner Meinung nach naja nicht ganz so vielseitig also ich hab schon ein paar Trailer gesehen auch ein paar Let's Plays schon davon es ähnelt dem BS12 so vom Aufbau her natürlich viele neue Sachen aber eben die Karte ist ziemlich klein weil man eben nur eine Linie fährt und das war's von daher sind meine Erwartungen auf ein langes Let's Play nicht allzu hoch maximal sinnvoll denke ich mal also erstmal danke fürs Zuhauen kann ich euch schon ein schönes Wochenende wünschen eigentlich schon weil das Video wird Freitag also ich meine wer guckt denn wer guckt denn am frühen Morgen Videos naja gut also ein schönes Wochenende ist ja egal ist ja Freitag ciao ciao